Ahoi, Ahoi, meine lieben Leichtmatrosen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt mit einer neuen Folge vom Tutorial für den Witchdoctor. Ja, heute den Bounty Farm Bild oder eine Variante eines Bounty Farm Bilds mit dem Ancurs, mit dem Anaracherset, so rum, jetzt haben wir es. Ähm, ja, ihr wollt mich unterstützen, wollt meine Videos unterstützen, dann habt ihr den ersten Schritt getan, schaltet ein, zweiter Schritt, sagt's weiter, teilt fleißig. Ähm, ich bringe euch heute ein Speed Farm Bild für Bounties und auch gerne kleine Portale für den Witchdoctor zwischen Qual 6 bis Qual 8, vielleicht sogar 9. Also wenn man uralt alles haben sollte, dann ist es natürlich auch möglich, Speed Farmen auf Qual 9 und 10 durchaus mit durchzuhalten. Das funktioniert, also alleine Speed Farmen kann ich zum Beispiel mit dem Bild hier auch auf Qual 10. Das funktioniert schon ganz gut. Im Anhang, äh, im Anhang, im Anschluss an dieses Video, beziehungsweise an das Tutorial, an den Guide, gibt's nochmal eine Zusammenfassung, beziehungsweise gibt's nochmal einen Durchlauf von ein paar Bounties, wo ich euch dann demonstriere, wie gut und wie schnell das Ganze funktioniert. Da könnt ihr ja dann schon mal hinskippen, das werde ich euch hiermit verlinken. Aber genug geredet, fangen wir erstmal an bei etwas, was man immer haben sollte, wenn man alleine ist. Aber das funktioniert natürlich auch anders, äh, wenn man in der Gruppe spielt, weil da gibt es zum Beispiel keinen Begleiter, aber wenn ihr alleine spielt, dann, ähm, solltet ihr den Begleiter auf jeden Fall ausrüsten. Wenn ihr in Gruppen spielt, müsst ihr keinen Wert auf den Begleiter legen, der wird dann natürlich nicht benötigt. Der Speed Farmen-Game-Bild, den ich euch hier zeige, der geht von Qual 6 bis Qual 8, wenn ihr normales Equipment habt. Bei uraltem Equipment geht's natürlich auch ein bisschen höher. Ähm, vor allen Dingen geht es nicht nur solo, ziemlich fix, sondern auch in Gruppen. Das mit der Gruppe in Qual 7 zeige ich euch nachher mal. Geht nämlich echt schnell. Ähm, demonstriere ich aber trotzdem mal ganz kurz den Begleiter. Äh, Begleiter kann nicht sterben, könnt ihr raushauen und, ähm, Fähigkeit aller, also euer Begleiter hält alle Fähigkeiten reinsockeln. Das funktioniert. Das ist eigentlich immer ganz praktisch, weil auf Qual 7 wird euer Begleiter noch nicht so oft sterben einfach. Das ist es. Ähm, Waffe, gut, da habe ich jetzt die hier rein. Sollte, wenn möglich, eine unterstützende Waffe sein, die euch irgendeinen Bonus bringt. Zum Beispiel Angreifer werden eingefroren. Ist egal. Also, ich habe das jetzt hier, weil ich das sowieso nur in Gruppen spiele. Ich habe euch ja schon mal bei dem Mönch, beziehungsweise beim Kreuzritter, ein Begleiterbild gezeigt. Ähm, wo ich dann noch den, die Frostwaffe drin hatte, die auch sehr gut funktioniert. Ansonsten, Rakoffs Glas des Lebens, das hat was mit unseren passiven Fähigkeiten zu tun. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Ähm, grausiges Lab-Saal. Wir kommen aber auf die passiven Fähigkeiten nochmal zurück. Ähm, zusätzliche Chance von 3% Heilkugeln fallen zu lassen. Am besten wären natürlich 4%, das wäre das Maximum hier. Ähm, ansonsten alle 10 Sekunden irrengefallen, der auch noch Schaden macht. Und saugt Gegnern um uns herum das Leben aus, macht es uns ein bisschen einfacher, ähm, die Gegner zu killen. Ansonsten habe ich hier noch Ablenkender Frost. Ähm, Gegner für 1,5 Sekunden einzufrieren. Macht sich ganz gut. Ansonsten, wenn ihr ohne Begleiter spielt, ist das auch egal. Wir kommen mal ganz kurz zu den einzelnen Sachen, die ich hier ausgerüstet habe. Ähm, ich spiele ohne Prunkring, spiele komplett, äh, nicht zum Farmen von Atem des Todes, sondern ich spiele zum Farmen von Bounties. Natürlich kann man bei Bounties auch Atem des Todes farmen. Ich werde euch demnächst nochmal ein Bild zeigen vom Witch-Doktor, mit dem ihr auch, ähm, Atem des Todes easy peasy farmen könnt. Auch auf Qual 7. Denn für alle, die wissen, dass man Atem des Todes auch auf Qual 7 farmen kann, ab Qual 7 Troppen fast immer Atem des Todes und sogar 2 teilweise pro getöteten Elite-Pack. Da können 2 Troppen und mit dem Weisen-Set kann man sich sogar noch einen dritten ergaunern, sag ich jetzt mal. Aber das ist, wie gesagt, ein Bounty-Farmen-Bild. Fangen wir mal ganz kurz an. Das Ankyo-Set, das kennt ihr ja schon, im Kopf, Intelligenz, kritische Trefferchance, Schaden von Feuerfledermäusen erhöht. Am besten wäre natürlich Widerstand gegen alle Schadensarten. Ich habe hier nur Feuerwiderstand drin. Und, äh, Leben pro Sekunde kann nicht schaden, beziehungsweise Leben pro Treffer kann auch nicht schaden. Bei dem Bild ist aber eher Leben pro Sekunde ganz gut. Ähm, Intelligenz auf den Schultern, Widerstand gegen alle Schadensarten. Ich brauche auf Qual 7 wenig Vitalität, deswegen ist ja auch keine Vitalität drauf. Ihr solltet aber sonst, ähm, wenn ihr höher spielen wollt, versuchen, ein bisschen mehr Vitalität und Widerstände reinzubringen. Also wäre theoretisch auf hohen Stufen Intelligenz, Vitalität gut. Dann, ähm, Abklingzeitenreduktion natürlich super. Und hier habe ich nochmal die Heuschreckenplage drauf gemacht. Ansonsten als Bonus natürlich gerne Widerstand gegen alle Schadensarten. Bei den Handschuhen Intelligenz, Vitalität, kritische Trefferschaden, kritische Trefferchance. Alternativ geht es auch, ähm, Intelligenz, kritische Trefferschaden, kritische Trefferschance. Und Abklingzeitenreduktion, auch wieder Widerstände, sehr wichtig eigentlich, oder vielleicht Lebensregeneration. Dann, ähm, Brustschutz, Intelligenz, Vitalität, Widerstände, erhöht den Schaden von Heuschreckenplage um 15%. Also hier habe ich nicht auf Heuschreckenplage gekommen. Warum? Zeige ich euch nachher nochmal, weil ihr seht ja, ich habe keine Heuschreckenplage in den Skills jetzt aktiv drin. Ist auch Absicht. Ähm, Arachios Beine, Intelligenz, Vitalität, erhöht den Schaden von Leichenspinnen, weil es wieder unsere Leichenspinne ein bisschen, ähm, erhöht, die dann kommen werden, die wir auch drin haben in unserem Bild. Leben pro getönten Gegner ist okay. Leben pro Treffer oder Leben pro Sekunde wäre mir lieber gewesen. Dann habe ich hier Intelligenz, Vitalität auf den Füßen, regeneriert Leben pro Sekunde, sehr gut. Ähm, anstatt Bewegungsgeschwindigkeit, weil Bewegungsgeschwindigkeit können wir aus den Paragonpunkten gewinnen, beziehungsweise können wir uns auch durch Kremsgürtel, ähm, holen. Also ich habe auch noch ein Kremsgürtel, was der kann, das zeige ich euch gleich mal, weil, bevor ich es vergesse, ihr könnt nämlich statt dem Gürtel, den ich ausgerüstet habe, auch einen Gürtel von Krem ausrüsten. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo ich den habe. Wie, da ist er. Denn eure Bewegungsgeschwindigkeit wird um 25% erhöht. Also das könnt ihr auch machen. Also ihr könnt Krem gegen den Gürtel auch tauschen, den, äh, Gürtel der Transzendenz. Den habe ich allerdings wegen dem passiven, wegen der passiven Fähigkeit mit dabei. Ähm, also das ist mit dem Gürtel die Bewegungsgeschwindigkeit. Zack, zack, und, ähm, das ist ohne dem Gürtel. Wir sind trotzdem ziemlich schnell unterwegs, auch ohne Gürtel, weil wir das Angry Chicken haben. Wir haben nämlich dieses Set hier, mein Schumas Schnitzmesser und das dazugehörige Mojo. Ja, ähm, das heißt, wir haben dieses Set, was uns erlaubt, dass der Explosionsschaden von verhexenwütendes Huhn um 200% erhöht wird und getötete Gegner für eine weitere Explosion und der Effekt von verhexenwütendes Huhn hält 15 Sekunden lang an. Das heißt, nachdem der abgelaufen ist, könnt ihr schon wieder wütendes Huhn zünden, weil die Abklingzeit sowieso durch ist. Ähm, erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit als Huhn um weitere 100%. Das heißt, 25 und nochmal 100% könnte man durch Cremes Verstärkungsgürtel bekommen. Die Armsheet braucht ihr nicht zwingend dafür. Auf dem Messer habe ich extra Schaden drauf, Intelligenz, Vitalität. Man könnte jetzt auch auf die Vitalität verzichten, theoretisch. Ähm, dann habe ich den Giftschaden drauf, weil das nochmal unseren Giftschaden verstärkt, natürlich. Ähm, auf dem Mojo, Intelligenz, Widerstand, kritische Treffer-Chance, reduzierte Abklingzeiten nochmal raufgewürfelt. Dann, ähm, unsere Halskette habe ich jetzt mal Krümelchens Halskette drin. Hauptsache Giftfertigkeiten sind 17%, mehr Schaden, beziehungsweise 20% ist das Maximum. Kritische Treffer-Chance, kritischer Treffer-Schaden sollte hoch sein. Und, äh, ja, Leben pro Treffer, irgendwas mit Leben. Ähm, dann die Armschienen sollten auf jeden Fall Giftfertigkeiten haben, Intelligenz und kritische Treffer-Chance. Hier haben wir auch Leben pro Treffer. Ähm, Leben pro Sekunde wäre natürlich auch super. Denn unsere Feuerpflegermäuse, während wir die kardinalisieren, wird unser erlittener Schaden um 30% reduziert. Und wir kriegen 700, also 77.770 Leben pro Treffer. Das ist Zufall, dass das so ist. Das kann zwischen 60.000 und 80.000 sein. Aber ist ein geiler Wert. 700, 7, äh, 77.770. Dann habe ich noch, äh, Fokus und Zurückhaltung drin. Ähm, kann man demnächst übrigens, wenn dann der neue Patch mit 2.4 raus ist, auch ersetzen theoretisch Fokus und Zurückhaltung vielleicht sogar gegen, ähm, das andere Set, wo denn das Amulett des Abenteures und dieser Ring dazu ist. Und könnte dann vielleicht noch einen anderen Ring reinnehmen. Ich habe jetzt erstmal Fokus und Zurückhaltung. Mit Intelligenz, Treffer-Schaden, Treffer-Chance. Alternativ Treffer-Schaden, Treffer-Chance, ähm, Abkling-Zeiten. Also auf beiden wäre das natürlich super. Hier hat es leider nicht so geklappt. Dann, ähm, habe ich Abkling-Zeiten im Kopf. Da könnte auch ein Erfahrungsstein zum Beispiel reinmachen, wenn jetzt die Abkling-Zeiten nicht benötigt. Ähm, Intelligenz geht auch alternativ Diamanten für Widerstände. Oder, ähm, Amethysten für Leben. Das ist auch möglich. Das könnt ihr je nachdem machen, was euch fehlt. Wenn ihr merkt, ihr sterbt zu schnell, dann müsst ihr gucken, sind es die Widerstände, ist es euer Leben. Könnt ihr immer noch nachsockeln dann. Ähm, legendäre Edelsteine. Hier habe ich einmal den Vollstrecker drin, um den Schaden meiner Diener zu erhöhen. Durch den Gürtel, ja, Gürtel der Transzendenz, Intelligenz, Vitalität, Leben pro Sekunde und Schaden von Leichenspinnen. Die beschwören aber zusätzlich noch einen Opportunisten, wenn wir mit einem Mana-Verbraucher treffen. Ja, also sobald wir mit einem Mana-Verbraucher treffen, wird ein Opportunist beschworen. Das wollen wir ja, deswegen auch der Vollstrecker drin. Erhöht nämlich den Schaden unserer Diener um so und so viel Prozent, je nach Stufe. Und der reduziert, ähm, der Schaden wird reduziert an den Dienern um 25 Prozent. Dann habe ich hier noch Juwel des wirksamen Giftes drin, damit wir jeden Gegner vergiften können und der Schaden aus allen Quellen um 10 Prozent erhöht wird. So, jetzt könnt ihr schwanken zwischen Verderben der Gefangenen. Das wäre super für unsere Piranhas zum Beispiel, ne, wenn Piranhas, da leiten die dann höher. Oder ihr könnt auch nehmen, ähm, Verderben der, äh, wie heißt's, der Mächtigen. Verderben der Mächtigen, wenn ihr sozusagen die Gegner, Elite-Gegner tötet, dann geht das auch. Das ist egal, also ihr könnt entweder, falls der eine oder andere jetzt nicht weiß, welcher das war, ist der Gelbe hier, ne, Verderben der Mächtigen. Oder Verderben der Gefangenen. Das ist egal. Könnt ihr euch reinsockeln, was ihr wollt. Ja, und ich denke, jetzt hatten wir alles durch, was wichtig ist. Die Steine haben wir auch. Dann kommen wir mal zum Cube. Im Cube habe ich Wermut, deswegen auch die Heuschreckenplage nochmal erhöht, der Schaden, ja. Belegt Gegner in der Nähe ununterbrochen mit Heuschreckenplage. Das ist dieses blau, äh, dieses grüne, ich bin farbenblind, ähm, das ist dieser grüne Kreis, der sich hier ständig wieder bildet um uns herum. Das ist die Heuschreckenplage. Wenn Gegner in die Nähe davon kommen, werden sie automatisch mit Heuschreckenplage belegt. Dann Quetzerkutte. Heuschreckenplage und Heimsuchung verursachen ihren Schaden jetzt in der Hälfte der Zeit. Das ist in Kombination, das ist natürlich super. Und Zusammenkunft der Elemente habe ich hier mal noch mit drin. Wenn nämlich der Giftschaden da ist, dann machen wir zusätzlichen Giftschaden, denn ich bin voll und ganz in den Fähigkeiten auf Giftschaden gegangen, was wir jetzt hier sehen können. Wir haben hier, äh, Leichenspinnen mit Gift, werft ein Gefäß mit Sprungspinnen, die bis zu 25 Meter weit springen können, um Gegner zu erreichen und insgesamt 646 Waffenschaden als Giftschaden verursachen. Pestfledermäuse, verseuchte Fledermäuse, ähm, der Schaden ist zunächst gering, kann aber mit der Zeit auf 720 ansteigen. Piraniado, um die Gegner zu stunnen und zu fangen, dadurch mehr Schaden zu verursachen. Ähm, betroffene Gegner leiten zusätzlich 15% erhöhten Schaden, also alles auf Schaden ausgelegt. Geistwandler einfach, wenn das wütende Huhn nicht aktiv ist, können wir uns in den Geistwandler begeben, um zu vermeiden, dass wir sterben. Ja, mit Ausflug drin, damit die Fähigkeit länger anhält. Verhexen wütendes Huhn ist auf jeden Fall Pflicht. Ihr könnt natürlich auch, äh, zum Beispiel Leichenspinnen oder großen bösen Voodoo ersetzen und, äh, den Krems Verstärkungsgürtel reinmachen gegen, ähm, die Fetischarmee. Das geht auch. Also Verhexen wütendes Huhn und, äh, Tanz des Zuschlagens habe ich hier drin, einfach um den Schaden der Verbündeten um 30% nochmal zu erhöhen. Wir brauchen den nicht länger, äh, wir brauchen den Schaden erhöht. Das ist einfach, ansonsten ist alles Gift, bis auf Jaunt und, äh, großer böser Voodoo. Dann grausiges Labsaal, immer wenn wir Heilsekugeln auffangen, ne, 10% des Manas wiederhergestellt und gewähren 15 Sekunden lang 10% Intelligenz, äh, ist bis zu 5x stapelbar. Unser Schaden wird dadurch erhielt, deswegen auch das Amulett beim Kreuz wird da mit drin. Sämtlicher Verurscha, sagt der Schaden bei Zwischenlicht und Schatten, wird um 20% erhöht und Mana kosten um 30%. So, dann Gegner, also Ritual des Vertrauens, Gegner im Umkreis von 20 Metern 25% Schaden und des einen Leid. Wenn ein Gegner innerhalb von 20 Metern stirbt, erhaltet ihr 1% eures maximalen Lebens und Manas und die Abklingzeiten und alle eure Fertigkeiten werden um eine Sekunde reduziert. Das, äh, ist nämlich gut, wenn wir in den Gegnern drinstehen und die sterben um uns herum und sterben, dann kann man wirklich sehr schnell Piraniado, Geistwandler und Verhexen einstellen. Also je mehr ihr in den Gegnern drinsteht, desto besser, dann braucht ihr auch keine Abklingzeitenreduktion, könnt auch zum Beispiel stattdessen, ähm, Leben pro Treffer oder sowas reinnehmen. Ähm, das geht auch. Also das sind die Fähigkeiten, die wir haben. Ja, Paragon, ähm, ich sehe gerade, ich bin letztens gelevelt, ich verteile mal ganz kurz ein bisschen. Paragon, ja. Ähm, auf jeden Fall Intelligenz. Wenn ihr merkt, der stirbt so schnell, ein bisschen Vitalität. Ich habe hier 25 auf Bewegungsgeschwindigkeit, weil ich nichts in den Schuhen drin habe. Also ihr könnt nur maximal 25% Bewegungsgeschwindigkeit im Normalfall haben, außer ihr habt das Huhn und den Krelmsgürtel zum Beispiel drin. Der Krelm wirkt sich auch auf das Huhn aus. Dann Offensiv, ähm, kritische Trefferchance, kritische Trefferschaden, Abklingzeiten, ähm, Angriffsgeschwindigkeit. Ich würde es wie folgt machen, Abklingzeiten, Treffschaden, Trefferschaden, Angriffsgeschwindigkeit. Dann, äh, Widerstände, Lebensregeneration, Leben, Rüstung. Ähm, Ressourcenkostenreduktion, Leben pro Treffer, Flächenschaden, Goldfundbonus. Meine Meinung. Ja, damit, überlege gerade, haben wir eigentlich alles durchgesprochen? Alle Fähigkeiten, alles im Cube, alles dabei. Und, äh, das nächste Mal zeige ich euch ein atemdes Todes-Farm-Bild des Witch-Doktors. Ihr könnt natürlich ein Speedfarm-Bounty-Bild auch mit anderen, äh, Sets machen. Zum Beispiel, äh, eignet sich sehr gut auch das Höllenzahn-Set dafür, anstatt das Anschür-Set. Das kann man auch machen, aber, äh, Manjuma solltet ihr immer dabei haben. Und das ist, wenn ihr den neuen Spinnen-Bild probieren wollt, eigentlich somit der angenehmste Bild, finde ich. Und macht auch ziemlich heftigen Schaden. Ähm, ja, wie gesagt, Edelstein, Grün oder Gelb. Auf den Stufen, die wir jetzt spielen, könnt ihr echt, äh, auch den gelben Verderben der Mächtigen reinmachen. Äh, 90 Sekunden lang um 20 Prozent erhöht. Also, dieses ist von der Stufe abhängig. Nachdem ihr eine Gruppe Elite-Gegner getötet habt, erhöht den Schaden gegen Elite-Gegner um 15 Prozent. Erhöht allerdings nicht unseren Schaden gegen andere Gegner. Ähm, ja, und im Anschluss, jetzt kommt das Video, wo ich euch zeige, wie ihr mit dem ganzen Bild in einer Gruppe spielen könnt. Werd euch dann noch ein bisschen was dazu erklären, ähm, wie man am besten in der Gruppe farmt. Werd es aber in einem öffentlichen Spiel wahrscheinlich tun. Falls ich nicht, äh, ein paar Kollegen von meinem Clan dazu bereit erklären, äh, auch im Video mitzumachen. Muss ich mal gucken, wer dann online ist. Und, ja, bleibt einfach dran, wir sehen uns gleich bei einem Speedfarm-Bounty mit dem Witch-Doktor, äh, Spinnenset.